jo moin leute was geht hier ist wieder tobi heute kein commentary nein nur ein ganz ganz kleines infovideo und zwar ja ich wollte gerade mw3 live commentary wieder hochladen ich versuche es jetzt gerade schon zum siebten achten mal aber es geht nicht also es gibt also hier probleme mit dem hochladen vom gameplay ich habe mehrere live commentary sie gehen alle nicht hochzuladen kein plan warum ich habe eigentlich alles gemacht wie immer bezüglich video bearbeitung und so format ist auch dasselbe wenn ihr wisst woran es liegen könnt könnt ihr mir mal in die kommentare schreiben vielleicht hilft mir das weiter ich bin drauf und dran das zu beheben ja das sind dann mw3 videos aber ich habe jetzt auch schon angefangen dass der sanscret revelations let's play videos zu machen die werden dann auch immer mit eingeschoben aber im vordergrund steht für mich mw3 und ja soweit sollte es eigentlich auch schon gewesen sein und ja ich hoffe ihr könnt mir da eventuell weiterhelfen und ja in diesem sinne darf ich mich schon wieder von euch verabschieden ich wünsche euch noch einen schönen tag macht's gut bis zum nächsten mal ciao